hallo meine lieben und willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal eher auf ihr wisst schon also monstertv high also neuen video auf meinem kanal ich mache heute einen vlog und ja also ihr seht jetzt mal meinen tagesablauf und vorne bis hinten ich habe jetzt das also das hatte ich eigentlich am schluss gedreht aber ich hab's jetzt nach vorne geschnitten also bis dann also wir sehen uns dann hallo leute ich bin jetzt gerade in der früh hier und die haulin schläft noch und ja ich habe mir gedacht ich schreck die haulin mal ein bisschen ich hole mir jetzt vom bad einen wasserkrug und dann wecke ich sie mal ordentlich auf das wird so und ich hole mir jetzt noch meine brille und dann wecke ich sie mal auf also leute ich habe jetzt meine brille aufgesetzt und ich zeige euch jetzt mal den wasserkrug ich weiß nicht ob ihr das sehen könnt gut und jetzt wecke ich die haulin mal auf aber ich muss die kameras erstmal aufstellen gut steht die kamera gut steht jetzt nur noch den lassekrug holen ich hätte mir jetzt doch lieber gedacht dass ich lieber also haulins bett nass machen dass ich haulins bett nass mache und ja also sonst wäre das ein bisschen zu brutal und das das möchte ich auch hier nicht noch ein bisschen richten gut jetzt steht die kamera 123 jetzt noch die kamera holen also wie ihr sehen könnt habe ich jetzt haulins bett nass gemacht und ich hoffe sie tut sobald aufwachen was ist das so wie toll sie macht auf und zwar hier was ist so und jetzt mache ich kurz mal eine pause und ich bin das danach haben also ich stelle es dann nachher noch aufgeregt hat du warst dass das heute fall gemein ich weiß aber ich wollte sondern streich spielen oh man das war total blöd von dir ich weiß kannst du mir verzeihen ja na gut wollen wir dann raus auf dem spielplatz ich hab keinen bock ok wir treffen uns dann nach unten wieder wenn wir im versammlungsraum sind ja bis später tschüss also leute also die haulin die wohl jetzt noch mal gerade eine popcorn schlüssel wir gucken uns danach noch ein film an aber ich bin hier gerade im versammlungsraum und habe alle gebeten leise zu sein aber ich will ja nichts tun also das ist unser wirkliches leben über sehr über den über das set und ja also nicht das echte leben was empfängt hier los also sowas meine ich jetzt nicht sondern das ist unser unechtes leben die holly wie ich schon gesagt habe holt jetzt ein popcorn schlüssel wir gucken uns nachher noch ein film an die restaurateurin hat es uns erlaubt das sind wir dann alle in unserem zimmer ich habe ihnen das gerade gesagt und sie gehen dann auch noch in unser zimmer und dann schauen wir uns den film an bis später hallo leute es tut mir so wunderbar leid dass ich beim film nicht filmen da durfte ja der red gott hat gesagt wir dürfen nicht filmen hallo ich bin auch noch hier ja stelle hier in holly und das haben wir uns gedacht jetzt drehen wir irgendwann mal so ein special wo wir unser ganzes filmset zeigen ja und ich hoffe diese flog hat euch gefallen es ist jetzt leider schon abend der film hat drei stunden gedauert ich hatte war total langweilig und ja wir sehen uns beim nächsten mal wieder bei kerstes flog ja 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 ja